Willkommen in der Jugendherberge Hankensbüttel. Seid ihr nicht mehr hier seid, ist alles langweilig. Tischfußball allein? Fahrt. Volleyball ohne Gegenpart? Langweilig. Gemeinsam spielen? Gerade leider nicht. Tischtennis. Ohne euch? Naja, ihr wisst schon. Normalerweise kochen wir hier für bis zu 130 Menschen. Jetzt aber gerade leider nur für uns. Viele Sachen wie Spielen oder Essen gehen viel besser in der Gemeinschaft und machen auch viel mehr Spaß. Deshalb hoffen wir euch nach der Corona-Krise wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Denn langsam kommen wir ohne euch auf komische Ideen. Andreas? Also dann bis bald in der Jugendherberge Hankensbüttel. Hui!